Die Challenge. Weißt du, wie weit du vom Auto entfernt sein musst? Ja klar, easy. Oh, haha. Okay, anmachen und... Nee, haha. Wow, 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 wow. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Reddit. Wir schauen uns mal wieder Unexpected an. Deswegen, falls es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das wird wirklich helfen und mich freuen. Und sonst freue ich mich über jeden Kommentar und los geht's. Ash, was machst du da? Warum hast du zwei Ditos? Weißt du noch, wie Ditos sich verwandeln kann? Na, meine Kleinen? Wie geht's euch? Was sind das für Tiere? Sie sind so elegant. Er sprüht Wasser, er spuckt Wasser in die Luft. Es muss ein Männchen und ein Weibchen sein. Hey, schau mal, wie ich jetzt ausschaue. Und was ein bisschen Make-up machen kann. Ich würde niemals irgendwem im Internet mehr vertrauen. Krass, wie der Unterschied sein kann. Was ist da drin? Was ist da drin? Das heilige Nerz. Erzählt ihm eure Geheimnisse. Na, habt ihr heute schon gewartet? Komm, ich schaff den. Ich schaff den. Und, komm her. Miau. Du musst das nicht sehen, ob er es geschafft hat. Aber hat er es geschafft? Ich weiß es nicht. Okay, bist du bereit? Wir können gleich rausspringen. Ah, nein. Du musst nur einmal Fallschirmspringen. Danach nie wieder. Vor allem ohne Fallschirm musst du es nicht nochmal machen. Ah, der längste Fallschirmpfall der Welt. Willst du ein Fahrradrennen machen? Tour de France? Das mache ich doch mit meinen Hunden. Das ist doch einfach. Was habt ihr denn? Ihr schafft es nicht mal alleine und ich habe hier drei Hunde drauf. Okay, ich biege mal rechts ab. Das ist ein Mofa-Fahrer. Ah, oh Gott. Gut, kriege ich das raus? Nein. Hey, hey, hey. Halt an. Und dann kommt da sein Baby raus. Daddy, ich war irgendwie unter so einem Truck. Da unten war ich. Ich hatte so einen Herzinfarkt einfach. Ist schon ziemlich angenehm hier zu fahren. Und was machst du, wenn du mal müde bist? Ich gehe einfach mal schlafen. Ich setze mich hier hin und schlafe dann einfach ein Süntchen. Ist ja ganz einfach. Der Bus fährt sich von selber. Du musst da unten nur ein bisschen was draufhauen. Und das ist kein Problem. Wenn du einen großen Hund brauchst, um endlich alleine Gassi gehen zu können. Einfach mal alleine draußen sein, ohne Angst zu haben. Kommt mir zu nah und er wird euch verbrennen, mein Lizard. Kann schon Feuer spucken. Willst du ein bisschen Nutella? Nee, eww. Viel zu süß. Wie wäre es mit ein bisschen Brokkoli? Oh, ist das dieses grüne Zeug? Oh, es ist so lecker. Wenn du dich endlich mal gesund ernähren möchtest. Oh, ich muss nur meine Schuhe zungen, ja? Ihr wartet, wartet. Ah, den Schnellfoto. Hier, ha. Das hat er auch erwartet. Okay, und. Ha. Schau an, wie schön ich bin. Oh. Wenigstens konnte er den Kick mal richtig fühlen. Du willst mich ausrauben? Okay, kein Problem. Ich nehme nur meinen Geldbeutel raus. Warte, kurz auspacken. Und ha. Geht nicht richtig raus. Bitte nicht, bitte nicht. Ha. Komm jetzt, Schlange. Du musst ein bisschen weiter raus. Komm. Lass mich das mal machen. Komm. Komm mit mir, Schlange. Wir haben nicht die Zeit. Du warst wohl noch nie in Australien, ja? Oh, du willst ein paar Nudes von mir. Aber ich bin gerade auf der Arbeit. Ich kann nicht. Moment. Ich ziehe mich kurz aus. Und hier hast du ein paar Nudes. Von meinem Skelett. Da kommt mein Vogel wieder. Wo warst du heute? Hast du mir was Schönes mitgebracht? Oh, du willst wieder an die Schublade. Hier. Zu dem anderen Geld. Guter Vogel. Wenn ein Vogel für dich dein Geld macht. Oh. Yeah. Officer. Schau dir meine Moves an. Kannst du das auch, hä? Schau mich an, wie ich tanzen kann. Oh, yeah. Kann ich. Mein T-Shirt ist im Auto fest. Was soll ich nur machen? Ah. Ich habe eine Schere drin. Erstmal mein T-Shirt kaputt schneiden. Oh. Perfekt. Endlich frei. Könntest du das auch ganz anders machen, ja? Könntest du es einfach ausziehen, ja? Siehst du? Das sind alle Leute, die ihre T-Shirts verloren haben an ihre Autos. Die Chance, von einem Schaf getötet zu werden, ist sehr, sehr gering. Aber niemals null. Und Vorsicht. Sie werden dich beobachten und nur auf den richtigen Moment warten. Hier erstmal die Decke. Und dann das Glas. Und jetzt brauche ich noch meine Drohne. Und schon kann ich den Trick machen. Ha. Ich bin der Tisch. Ich glaube, dein Wasser überschwemmt. Es regnet zu viel in deinem Swimmingpool. Alles überschwemmt. Aber ich habe das Gefühl, dein Garten ist ein bisschen nass. Oder hast du einen ganz Pool-Garten? Ein Riss in der Wand. Was ist da drin? Komm, lass mich die Kamera einführen. Ganz langsam. Hi. Ihr? Habt ihr Hunger auf Chicken Nuggets? Okay, du nimmst den Fahrstuhl. Bye. Ich überrasche dich unten. Schnell. Treppen runter. Treppen runter. Oh, ganz cool in die Ecke. Da kommt der Aufstuhl. Warte kurz, ja? Ich gehe kurz rein. Die wollen was von uns. Moment, ich bin gleich wieder draußen. Hier ist mein Stuhl. Und warum schreiben eigentlich Leute auf Zigaretten, dass Rauchen tötet? Warum nicht auch auf Wodka und Alkohol? Warum sollte man auf Alkohol schreiben, dass Rauchen tötet? Hä? Entweder sterben da alle oder es ist Fahrenheit und es ist sehr kalt da. Wir schalten das Wetter um. Oh Gott, meine Brille. Ich habe meine Brille nicht aufgesetzt. Ich sehe alles zehnfach. Sie tanzt. Das Wetter ist echt heute weird. Oh, komm her. Wir haben gewonnen. Yeah. Oh, warte. Oh, hi. Hi. Und dann in Russland. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Wow. Wenn du so aufgeregt bist, dass du nicht mehr stillhalten kannst. Ich habe den Hund rausgelassen und ich habe die Tür nicht geschlossen. Irgendwie ist sie nicht zurückgekommen, als ich sie gerufen habe. Und dann habe ich was anderes noch da gefunden. Eine Kuh. Wir haben jetzt für immer Milch. Schau dir diesen Magic Trick an. Oh, hier sind die Bälle. Und jetzt dürft ihr alle spielen. Auch du mit dem gebrochenen Arm. Und der ist gar nicht mehr so gebrochen. Wenn sie einfach den Arm aus der Schiene da holt. Ist zwar schlecht zu erkennen, aber nice. Deine Hunde sind immer so stark. Dann kauf dir einfach einen Saugknopf und hau den in irgendeine Fliese draußen. Gib mir, gib mir. Ich will daran ziehen. Ich habe so viel Kraft über. Wir ziehen zusammen. Dann ziehen wir die ganze Platte halt weg. Wenn du wissen willst, welcher Superstar du sein willst. Hier, schau dir den Filter an. Und was bist du, Vater? Du bist Kim. Ja. Das kann doch nicht sein. Für alle von euch, die sagen, dass Dominikaner dumm sind. Ja, hier habt ihr meine Nachricht. Wartet, ich blätter jetzt um. Seht ihr? Jetzt habe ich es euch gezeigt. So sollte man nicht mit Leuten umgehen. Du musst wählen. Eins oder zwei. Bei einem musst du Abwasch machen und beim anderen bekommst du 50 Euro. Eins. Oh, verdammt. Oh, du hast leider verloren. Wer ist ein besserer Held? Thor oder Loki? Thor, Thor. Warum sagt ihr das? Weil er einen Donner machen kann und er hat einen großen Hammer. Und er kann nur mit seinen Hammerleute schubsen. Schau her, ich konnte dich schubsen mit meinen Händen. Oh Gott, ah. Die Ente ohnehin zu nah, nicht zu nah. Oh, die Suicide-Ente einfach. Man sieht sehr, dass es Fotogeschoppt ist. Beim ersten dachte ich, okay, das wäre real. Aber beim zweiten absolut nicht. Ich habe meine Katze draußen gesehen und habe sie mit reingenommen. Aber irgendwas stimmt da nicht. Wenn das meine Katze ist, wäre es dann das? Oh, dieser Ausblick hier aufs Wasser. Mein Hund, der einfach im Wasser steht und mich beobachtet. Wuff, wuff. Komm doch auch ins Wasser. Ich will mal mit dir paddeln. Oh, lass mich heute einen TikTok machen, okay. Ha, äh, dad? Soll ich mitmachen? Ah, yeah. Schau mal, ich habe es noch voll drauf. Ja, nur weil ich älter bin. Heißt das nichts? Ich schaffe es raus. Ich bin Mufasa, der König aller Tiere. Hey, hey. Du kommst hier nicht raus, ja? Du gehst da wieder runter. Nein, Simba. Wenn deine News genau vor deiner Haustür aufnehmen. Hatscha. Verdammt, sorry. Oh, da war mein Nieser. Und der sogar Gesundheitssack. Wie nett von ihm. Was könntest du mit deinem Körper kaufen? Ein McChicken. Äh, was ist mit deiner Stimme? Ich habe Corona. Äh, wait. Länder, wo du nicht leben willst. Wenn die Leute, trotz dass sie das haben, einfach auf die Straße gehen und genau in dich reinatmen. Nett. Wow, 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 wow. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren. Sonst, wenn ihr jetzt noch mehr redet, sind wir das links im Video rechts geht zu meinem Main-Kanal. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.